Musik 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 Wir machen irgendwann mal alleine so ein Ding So ein einfaches Ding einfach Nicht auf einfach und dann teste ich nur ein paar neue Waffen Ja, wir gehen da ordentlich mit um To see Okay, jetzt geht's mir wieder gut Ah Watch out, boy Watch out Weißt du, bei dir ist es immer nur so Du kannst auch allein in einem Raum sein Du kannst dich bestens selbst unterhalten Das ist doch cool Hey Zehn Stimmen in meinem Kopf Sagen ich bin verrückt Sie ziehen wie so ein Tetris Hey Warum viel Karten für ein Comedy-Programm ausgeben Wie Quatsch Comedy Club oder sonst was Wenn man ne Chrissy hat Hey Hast du die Tür zugemacht? Nein, gut Warum schießt du in den Generator? Nee, nee, lass lieber Dann hat man ja keinen Spaß mehr Der hat grad volle Karten in den Generator geschossen, so Pass auf, der Ey, ich will den fetten haben Arschloch Ich will den fetten haben Arschloch Schleichgewehr Verzähl Genau, macht ihn nur wütend Ich find das so unfair, die mit den Granatkanoniern Alle Da ist ne Weste übrigens Alter Da liegt ne Weste Ich hab's gesehen Da Da liegt ne Weste Hey, da kommen noch Freunde Die wollen auch mit spielen Komm her So, jetzt könntest du dir die Weste holen Nein Alter, hör auf zu schießen Mit deinen Granatos Granatos Smooちょっと Jaja, der geht mir damit echt voll auf den Keks Keks Die mit den Granaten machen nämlich eigentlich alles nur schlimmer Das haben Granaten 20 Hey, darf ich dir einen Witz erzählen? Da ist ein Flashpunt. Was? Guter Witz, ne? Leider ist das kein Witz. Da ist wirklich ein Flashpunt. Hau ab, ich mach das. Wo ist der? Oh, scheiße! Schalte! Oh, aus! Alter, der soll den in Ruhe lassen! Ich kann den nur rausschalten! Wenn ich wegen dem sterbe, mach ich Hackepeter aus dem. Hinter dir! Wo ist? Oh, wie der Typ mich wütend macht! So, man mal Kopfschüsse, weil sie sich bewegen können. Geht doch! Verschwinden wir Munition. Hm, 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 hm. Dafür geht es nur mitzuzählen. Ja klar, da hast du gleich von, nein. Chuck Norris wirft eine Granate und tötet damit 50 Leute. Und dann explodiert sie. Oh, das war aber ein guter, 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 guter. Hallo! 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 So ein guter, 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 guter. Gut, dass die anderen mich nicht hören können. Stell dir das mal vor. Vielleicht kannst du dich hören. Kriegst du selbst Unterhaltung? Hey, ich kann dich hören. Oh, scheiße! Muss ich dich pieksen oder ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Kann nur fahren. Halt still oder stich dir das da hin, wo nie die Sonne scheint. Oh, da ist eine Waffe, die kann man verkäufen. Kann die nicht tragen. Kann ich nicht tragen. Kann ich nicht tragen. Kannst du tragen? Nee, glaube ich nicht. Du kannst nur verkaufen. Ich kann es, glaube ich, auch nicht tragen. Weeeee! Weil ich habe 21 von 23 Blöcken voll. Ich bin aber fast permanent auf 90 Bilder pro Sekunde. Ich bleib zwischen uns. Wir machen Sandwich. Ähm, sorry. Warte, eigentlich müsstest du da dazwischen sein, oder? Nee, 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 nee. Der ist Neuling, dem müssen wir helfen. Und wo kommt ihr Missgeburten? Wo sind denn diese verdammten Krüppel? Sie hat es nicht verdient zu leben. Da ist nicht... Oh, 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 oh. Da unten. Oh, nee, oben. Ich mag diese Hektik wirklich nicht. Die muss doch nicht sein. So unnötige kleine Hektik. Oh, Kinder, das muss doch nicht sein. Äh. Wollte sich das nicht gerade nach einem... Du weißt schon was an? Nach einem Big Spawn? Was hat der sich für eine Waffe geholt? Oh. Chrissy? Ja? Wo bist du? Weitergelaufen. Nach unten hin oder nach unten? Ja. Okay. Zum Labor hin. Okay. Sektor Bio Observatory Labrador. Nee, Labor. Ah, da bist du. Labrador. Labrador. Hey! Ich glaube, das ist ein Ort. Das ist mein Labrador. Ah, ah. Das klingt nicht... Das klingt nicht gut. Das klang sehr nach Böse. Ah. Nö, jetzt ist die ganze Gruppe wieder da. Pass auf die Seite auf! Die Seite! Auf den Kopf zielen! Okay. Ich frag das nicht in einer Gruppe sein. Wir sollten unten bleiben. Ja. Vielleicht genau bei dem Eck da. Für mich ist das der nächste Traitor. Wie viel hat denn die Tür... FÜNCH! Zurück! Zurück! Komm von oben! Alt, alt! Oh, wow, 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 wow! Das wird gefährlich! Absurd! Gut gemacht! Das ist ja so schnell! Oh! Wieso brennt das Ding? Ach so! Hat sich erledigt! Ich höre da schon wieder was. Ja, ich hab die Tür da unten wieder zugemacht. Wieso brennt das Ding? Ja, da ist jemand dahinter. Das ist oben. Wo der einzelne Gegner noch hinter der Tür ist. Was? Ich glaub den geh ich jetzt messern. Ah, da ist er ja. Ich will den Headshot verpassen. Oh. Die sich alle drum pulgeln. Runter. Ich will den letzten Kribbel töten. Ich bin aber mal so Pussy. Wo ist sie? Wo ist sie? Boom-chakalaka-chaka-boom-chakalaka-laka-boom-chakalaka-boom-chakalaka-boom-chakalaka. Boom-chakalaka. Ja, danke, dass du mit Dings hier rumschmeißt. Aber danke, es reicht. Es reicht. Es reicht. Will nicht arm werden. Nee, reich werden. Ja, genau. Kommst du mit? Kommst mit? Geh wir oben spielen. Geh wir oben spielen. Tschö. Achso. Achso, deswegen. Bye. Ich glaub der war schon weg, oder? Nee, hatte grad noch gesehen. Äh. Oh. Ups. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schaffst du den? Ja klar, der tut Anschluss nicht. Wenn ich den Kopf treffe ist... Boah, hau ab mit deinen Granaten, Alter! So! Ich geh hier weg. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich hasse Granaten-Arschlöcher. Ach, noch so'n Granaten-Arsch. Stopp den hinter mir! Achso, du wusstest das. Da war der andere auch noch da. Ähm. Wer blockiert da wieder meinen Weg? Entschuldigung, das hab ich vorhin zugemacht. Blocken, 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 blocken. Danke, das reicht. Den Rest kriegst du selbst hin. Put in the wood in the old dumb nut. Tot. Hinter uns ist zu, also kann uns niemand folgen. So kann man die Leute auch aussperren. Schnuggiii. Da ist nix. Aber da oben höre ich was. Mmh, Frischfleisch. It's a little bit pity. Oh, die haben die Tür aufgemacht. Ui! 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 Oh. Das war einer. Einmal drei mit einem Schuss. Kugeln für alle. Ah ah. Und sie lernen's immer noch nicht. Die sind echt zimmer als die Polizei. Oh 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 oh. Da ist noch so einer. Weg. Da ist noch jemand? Heute geht's gleich umsonst. Ah, nee die Granatenarschis sind hier. Da will ich nicht hin. Mit dem will ich nicht spielen. Die sind doof. Ah, die haben ganz ganz böses Spielzeug. Die lassen mich nicht mit ihrem Spielzeug führen. Hier sind die Einzigen, die gesund sind. General ist schon kritisch. Tja, wenn man mit Bomben rumschießt, ist man sehr toll. Gesund nicht nur im Sinne von körperlicher, sondern auch geistiger Zustand. Ich will die, Moni, ich will die. Da kommen sie, Rona, da kommen sie gleich. Rona, da kommen sie, Rona, ja, ja, ja. Ja. Falsche Seite, Kumpel. Swagger hast da einen. Habe ich nicht schon mal gesagt, dass du so Dinge... Oh, ein Glutteam. Kommt, ich ziehe mir zu was. So, da war da eine. Brauchst du davon was? Nee. Glaub, die war es Grätsch, ja. Selbst schuld. Oh, ja, kann ich die noch nehmen? Nee, hab ich keinen Platz. Ich sag ja, sind sie selbst schuld, wenn sie mit ihren Granaten rumspielen müssen. Halt da, was macht ihr da? Oh, jetzt sind wir die Einzigen zwei. Da ist nur noch einer da, er ist nur noch dieser Scratcher. Scratch. Ist das das Ding, was auf dem Boden krabbelt? Nee, das ist der Ketten-Sing-Typi. Jetzt sind solche, alle sieht... Ah, da ist er, ja, Ben. Komm, her zu Papa. Weißt du, der bringt drei Leute um und du machst einen Schuss. Blub. Headshot. Boom, Headshot. Und den hat mir halt keiner zu. Da kann ich ja nichts für. Nein. Mal gucken, wo bleiben sie denn? Leg eine Waffe für mich ab. Leg mir Musch. Kauf dir eins selbst. Alter, ja, ist eine gute Idee. Geld, 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 Geld. Äh. Nicht auf mich. Die. Das sind beides Kanonierer, Bombardierer. Dann sollten wir den Schafschützen das ganze Geld geben. Hey, Schafi. Hey, Schafi. Das hört sich wie eine Anmache an. Hey, Schafi. Ist das mein Problem, dass du kein Geld hast? Wenn du halt nicht mit Geld umgehen kannst, bist du selbst schuld. So. Das hört sich böse an. Hörst du das auch? Alter, haut ab, Leute. Ich will euch Bomben-Arschis hier nicht. Komm, komm, komm mit, komm mit. Ich glaub, von da genau kam der. Ja, stimmt. Flashbound, Flashbound. Geht zurück. Da rech' ja, da rech' ja, da rech' ja. Eins. Und ich muss ein zweites Mal treffen. So, geht doch. So, und jetzt versuch mir da du zu kommen. Dann noch einer? Nee. Duft rein. Ich wollte sagen, ich hab was gehört. Ich weiß nur nicht, woher. Hehehehe. Ah, ja, ja. Auch von hinten, da wird's lustig. Komm, 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 komm. Von hinten, da wird's lustig. Au, au. Kettensäge. Badum. Hm, ich glaub, er ist tot. Badum. Kommt da noch was? Ey. Ach so, die hast du zugemacht, ja? Ja. Damit die anderen noch nicht vorbeikommen. Oh, das ist ja schon die zehnte Welle. Ach nee. Was heißt denn, den nächsten runterpass? Okay, zwei sind schon wieder verletzt. Und Rema, darfst du raten. Ich glaub, es sind die Bombardiere. Äh, au. Komm mal, ich steh' hier und guck' sie an und denk' mir so, ja, ganz schön und so, ne? Darf ich das nicht hinter dir? Okay. Ich hab grad mein Augenmerk auch nach vorne gerichtet. Komm her. Kommt jemand anders voll. Wir veranstalten die da wieder. Oh, da ist einer. Komm. Na, hab ich jetzt wohl... Nicht getroffen. Oh, doch. Äh. Hä? Alles erledigt. Okay. Ah. Ah, ah. Wow. So. Danke. Hinter dir. Gut, dass ich den Ketten-Sing-Typen gesehen hab. Ja. Ich dachte, wir suchen, dann machst du jetzt ein Headshot und fünf Sekunden später. Ah, wer hat ja eine Kette? Weil da oben ist, glaub ich, ein Flashpunt. Okay, ja, da ist ein... Ja, ja, ja. Das noch mehr, das auch ein Ketten-Sing-Typ. Also, den kümmere ich mich zuerst. Okay, da kommt der Flashpunt. Ja, ich versuche, ihn zu treffen. So, der ist auch tot. Ich hab's sonst auch noch meine A12, die ist auch ziemlich mächtig. Das ist die teuerste Waffe im Spiel. Oh ja, warum nicht? Das ist eine Schrofflinter, die so schnell schießt, wie eine Emly. Äh, ich glaub, da kommt was von oben, oder? Ach, ne, das sind die anderen. Oh. Oh, cool. Ja, habt ihr wieder Spaß da vorne? Komm her, lass mich mal machen. Ist das wieder ein Scrape, oder was? Könnt ihr mal aufhören, den? Lass das Tante-Chiu mal machen. Ne, das ist mit denen um die Ecke gebogen. Da kann ich nix für. Ja, okay. General Fleischarscher, verpiss dich. General Fleischarscher. Wichser. Könnten wir von dieser Session da, die wir grad zum Test aufnehmen, so einen Zusammenschnitt machen? Also, die besten Szenen raussuchen und hochladen. Zum Beispiel, General Fleischarscher. Wo müssen wir eigentlich hin? Da unten, ne? Was ist denn der eine? I'm not coming back, boys. So, okay. Und jetzt Rohrbomben kaufen. Ach, stimmt ja. Ich sollte die Armbrust dann lassen, auf jeden Fall. Ich vernehme ich die Hand. Was könnte ich mir sonst noch holen? Die hat wie viele? Vier Blöcke. Dann hätte ich fünf Blöcke frei. Naja, hol ich mir eine Rohrbombe. Obwohl, weil wir zwei Demolitionists haben, glaube ich, werden die nicht viel bringen, weil die werden sofort da irgendeine Granate hinwerfen zu den Rohrbomben und somit alles zerfetzen, bevor die da überhaupt da vorbeikommt. Haben die da jetzt acht Stück auf einmal hingelegt? Ich freis im Bild. Hoffentlich legt jetzt hier keine Granate hin. Haben wir es mich eingegesselt? Ja, wir müssen nur gucken, wo er spawnt und dann predikten. Wenn wir Pech haben, spawnt er gleich direkt neben uns. Oh, scheiße. Wo ist der? Wo, 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 what the fuck? Wo ist der? What the fuck? Okay, warte, wir bleiben einfach mal da bei der Ecke. Wo ist der denn jetzt gespawnt? Wo ist der denn die Bazooka da? Oh, scheiße. Aha, da vorne. Oh, da. Oh. Ich bin zwar nicht, aber ist er wieder weg. Gibt es sich schon heilen, oder was? Nee, der ist da rum. Nee, der kommt da wieder. Ich habe ihn mir in die Eier erschossen. Ja, und jetzt schnell wegrennen. Wie ist der von da nach da gekommen? Nee, der ist sich jetzt heilen gegangen. Ich glaube, ich bin jetzt die normale Waffe. Bin ich doof? Ich habe doch extra eine andere. So. Da um ist er... Auf eurer Seite, komm, Europa. Oh, scheiße. Ich bin fast tot. Komm her, komm her, komm her. Ich heil dich. Auch wenn das eine ziemlich doofe Idee ist, aber ich heil dich. Danke. Wo ist er denn? Der war gerade noch vor der Treppe vorne wieder. Achtung, von hinten. Achso, er ist sich schon wieder heim gegangen. Oh, oh. Anscheinend ist er wieder da. Yes, er ist tot. Weil er in die Rohrbomben krank ist. Und er explodiert immer noch. Du bist halb tot, aber egal. Schade. Ui, Geldring für alle. Ich bin durch die Explosion jetzt fast gestorben. Geld, 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 Geld. Okay, dann beende ich mal die Aufnahme. Hör was. Das war's für Kulos. Das war's für Kulos. Du hast nie wieder. Das ist doch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017